ARD Text im Auftrag von Funk 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 Stimmt, Blue, das ist mir an Orange noch gar nicht aufgefallen. Was denn? Orange, möchtest du etwas sagen? Ja, ich habe ein besonders großes Ei. Auf dem Kopf. Halskopf. Das habe ich schon mal gesehen. Also eindeutig darfst du nicht fliegen. Ja. Allwieder ich. Okay, und wohin? Du fliegst jetzt erst einmal rüber. Ah, da ist was, genau. Und da drüben, gerade auch bei dir. Jetzt hoffe ich mal, dass es Ding nicht über dir zugeht, wenn du jetzt da drauf gehst. Achtung, Achtung. Eindeutig. Nee, du bist hochgegangen. Nein, du bist runtergekommen. Du bist runtergekommen? Du bist runtergekommen. Okay, Moment. Dann ergibt es gerade... Komm, flieg du mal durch. Ja, vielleicht muss ich die Richtung wechseln, mitten im Flug. Wie denn das? Damit du halt wieder zurückfliegst. Nee, stimmt. Ach so. Das würde ich aber gar nicht gehen. Wer gehen würdest? Ich schieße einfach von da drauf. Oh, nee. Okay, doch. Die Idee von dir ist eigentlich gar nicht mal so dumm. Ja, warte mal. Aber was bringt uns das? Genau das... Ja. Ich müsste halt dann irgendwie im Flug halt dort... Ich müsste halt die Portale irgendwie... Ich muss das irgendwie hinkriegen, dass ich aber dann halt nicht hier durchgehe. Stimmt, sonst kannst du ja gar nicht da hoch schießen. Obwohl du aber allerdings hier durch musst. Warte mal. Ich muss noch was probieren. Sag dann, ob ich wechseln soll. Oder wenn ich wechseln soll. Ach so, du willst dann rüber springen. Ich will mal gar nicht. Nein, 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 nein. Ich will hier reingehen. Soll ich jetzt wechseln? Nein, nein, lass ruhig so. Du gehst bei mir jetzt hier durchs Portal. Lass ruhig so. Du gehst aber hier gleich durch die Barriere. Pass auf. Ja, ja. So. Warte, nee, ich muss trotzdem wechseln. Jetzt musst du hier hinschießen. Genau. Ja. Alter, mir kommt es vor, als ob die Dinger immer einfacher werden. Die ticken ja. Obwohl ich gerade das Gefühl... Du hast auch das Gefühl, als ob das irgendwie... ...wiedergefegt war. Ich will einfach... Es ist... Ja, warte mal. Ich geh mal kurz hier drauf. Richtig, Blue. Orange hört dich nicht. Okay. Das Teil ändert alles. Äh... Wirklich? Danke, mir das zu sagen, was ich... Wir sind aber allerdings schon beide durch. Komm mit. Wir haben wieder irgendwie gecheatet. Alter, wir haben das wirklich gerade eben wieder gecheatet. Wenn ihr mir diese furchtbaren Dinge über dich erzählt... Ich weiß nicht, ich glaube, wenn wir das so zeigen, dann glauben die Leute gar nicht, dass wir vorher keine Videos geguckt haben oder sowas. Obwohl wir... Ich... Also ich hab 100% ernsthaft kein Video geguckt. Ich auch nicht. Alter, wie wir das gerade eben gecheatet haben? Der Knopf ist voll überflüssig. Also ist mal im Ernst, ich weiß jetzt nicht, wie weit die Entwickler gedacht haben, aber das ist ein Ticken wahrscheinlich. Also irgendwie denken wir etwas einfacher, glaube ich gerade. Ja. Wir sind aber die Besten. So unnötig mit dem Schalter. Das haben wir auch so geschafft. Oh mein Gott. Ich glaube, das Problem war, dass du eigentlich nicht rett hättest, rüberspringen sollen. Das war, glaube ich, das Problem. Ja. Aber wenn ich es drüber schaffe, man wird dort drüber schafft. Ja, ja klar, wenn du es schaffst, dann... Genauso wie mit dem Rücken hier davor, mein Raum davor. Ungeachtet dessen, was ich auch versuche, euch zu entzweien oder zu zerstören. Testen wir weiter. Ich glaube, die sind nicht davon ausgegangen, dass wir das Ticken probieren. Oh, das ist jetzt wieder ein Raum, Alter. Okay, ich darf jetzt nicht hier weggehen, ne? Ah, okay. Ich kann ja allerdings da ein Portal entschießen. Ah, dann dreht sich das Ding. Ah, umgekehrt. Warte mal. Ich habe es jetzt gerade umgekehrt. Ja, ja. Okay, warte, ich fliege einfach mal. Bang. Aush. Wow. Okay. Hm, ich glaube, ein Portal ist... Nee. Also, um das zu entschießen kann ich es nicht. Obwohl, ich glaube, du musst eins hier hinschießen. Und dann... Ah. Stimmt. Ja, geh durch. Warte. Nein, pass auf, wenn du da durchgehst. Ah, ja. Macht Sinn. Ja. Macht Sinn. Eigentlich muss ich da hinschießen. Warte mal. Ich müsste auf den Knopf, glaube ich, hier. Also, ich glaube, ich müsste hier auf den Knopf. Ah, warte mal. Ja. Danke. Ah. Ah. Ja, und wohin? Soll ich... Du musst jetzt wieder springen. Ich komme da aber... Glaube ich. Warte. Ja, geh durch. So. Nee, aber guck, dann hängt es an diesem... Teil da. Ah, nee, gerade eben ist es doch gegangen. Jetzt geht's. Nee, dann komme ich an die Wand dran. Ah. Äh. Kannst du dich noch weiter runter machen? Nee, wenn ich runter mache, dann geht er nur an die Wand. Wenn ich einen Ticken hoch mache, geht er an die Wand. Ich meine noch weiter runter, du kannst ja noch ein Stück runter gehen. Ja, und... Ach, nee, das geht bei dir aus. Von dir aus gar nicht. Jetzt. Nee, aber von mir aus kann ich... Ah, nee, okay. Nee, ich kann's auch nicht. Obwohl, hast du's jetzt? Oder... Nein. Oder, Moment mal, wenn du hier bei mir durchkommst... Geh mal... Ach, jetzt geh durch. Geh. Geh. Und dann? Geh. Bitte, tu mir den Gefallen und... Oh, okay. Jetzt bin ich bei dir. Und du? Ja, jetzt geh hier durch. Jetzt kannst du rüberspringen. Ach, das Problem hast du gemeint. Jetzt hab ich's gespielt. Hm, stimmt. Ich dachte, es bleibt jetzt für immer offen. Sorry, ich hab's noch verrafft. Ja, warte mal. Dann brauchen wir aber einen Würfel. Oder... Ich kann von hier nicht weg. Alter, wieso soll das gehen? Ich kann von hier nicht weg. Das ist grad'n Problem, Alter. Wieso, wie soll ich das machen? Weil irgendwie hab ich das Gefühl, dass ich dann darüber muss. Aber nicht, wenn... Soll ich mal umgekehrt machen, oder? Ich hab keine Ahnung, ganz ehrlich. Oh, nee, warte, wenn... Oh, nee, das geht gar nicht. Genau, und ich müsste jetzt, glaube ich, jetzt rüber. Ja, aber wie? Genau. Da haben wir das ja. Ich kann ja mein Portal nicht auf deins da setzen. Ah, Moment, Moment. Setz du deins hier hin. Nur wohin? Und hier hin. Das ist roter. Ja. Bleib drauf. Ah, okay. Zack. Also, ich hätt's schon mal rüber geschafft. Ja. Und ich? Au. Hast du einen Würfel da oben? Äh, Moment. Normal müsste ich einen haben. Aber hier ist... Hier ist gar nichts. Warte mal. Entweder, die haben jetzt den Würfel hier weggelassen. Also, du kannst da unten wieder ein Portal setzen, ne? An diesem Wirbelstrudel-Dingens. Wo denn? Also, von da oben aus. Nee? Geh mal wieder rechts. Ach, das mein... Ah, stimmt. Genau. Ja. Nee, warte mal, dann kommst du aber trotzdem... Ah, doch, stimmt. Du kommst trotzdem rüber. Wie? Warte, wir müssen wieder so tricksen ein bisschen. Aber jetzt könntest du... Ah, stimmt. Jetzt könntest du rüber. Nein. Ich komm hier nicht weg. Ja, das... Ja, genau. Das ist ja das Problem. Ah, nee, warte. Kommst du nicht weg. Oh. Ja, warte mal. Ja, ich weiß, du warst das Blue. Tu nicht so stolz. Boah, jetzt hasst die dich. Okay, irgendwie kommt es mir vor, so wie wir jetzt wieder gechillt hätten, aber es ist mir auch egal. Zu Beginn befürchtete ich eine zu große Nähe zwischen uns. Ich glaub, die haben, ähm, gegen Ende, leicht fehlerhaft gearbeitet, die Entwickler, finde ich. Boah. War das auch so beim, äh, Singleplayer? Bei dir? Äh, nein, eigentlich nicht. Aber wir kamen jetzt ein bisschen zuvor. Bei dir? Ja, war das auch so. Ich bin so